So, Hallöchen! Kurzes Pre-Intro oder kurzes Intro, weil das Video, was ich jetzt aufgenommen habe, ein Video war, was spontan entstanden ist, im anderen Video und ich deswegen keine Begrüßung hatte. Hi! Heute gibt es ein kleines Konzert. Ich habe hier eine schöne Lobby entdeckt und was es damit auf sich hat, das seht ihr jetzt. Sparky auf der großen Bühne, mein neues Album Incoming. Ich muss jetzt einen Titel schreiben, ohne dass es mir übel nimmt. Los geht's! WTF? Was ist denn das hier? Ich auf der großen Bühne. Holy Moly! Ohne Witz, ich kann hier einfach drauflaufen, wo keiner daherkommt und ich habe hier eine Bühne für mich. Effects? Äh, Lasershow? Aktiviert die Lasershow und Bühnenlichtern? Passiert irgendwas? Oder ein Nebel? Sehe ich irgendwie gar nicht, passiert nix. Kann ich irgendeinen? Ach, das ist alles das Able oder was? Ah, jetzt ist es Enabled. Wow, jetzt kann ich da hier... Alter, gebe ich hier mein Konzert oder was? Ja, genau, da sind... Ich glaube, da sind mal ein bisschen andere... Äh... Ich weiß nicht, ob ich das alles abspielen kann, aber fürs Video, ne? Äh... Weil das Problem ist... Copyright und so. Und weil... Copyright... Ach, über Command-Blocks oder so. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Genau. WTF? Was ist denn das hier? Blitze. Einschlagende Blitze im Bühnenbereich. What the fuck? Ich hab gedacht, ich komm mal ganz kurz hier rein und guck, was passiert. Und die tanzen da ab. Und ich mach hier verdammte Blitze oder sowas. WTF? Was haben wir denn noch? Firework Explosions. Alter! Kann man mal machen, ne? WTF? Firework Explosions haben die oben noch. Ich mach mal die Laser. Ah, ich kann noch maximal einen Effekt gleichzeitig armhören oder was? Ah ja, lol. Das sind Guardian-Sträder, die hier runterschießen und dann einen auf Laser machen. What the guy are? Ja, genau. Jetzt mach hier meine Show in Anführungszeichen. Und dann, äh, laufe ich zurück oder was. Und mach hier noch Autogramme. Bla, bla, bla. Screenboxen. Bla, bla, bla. Holy shit. Konfetti. Lass mal den Konfetti-Effekt sehen. Äh. Das geht hier ab. Also, mein neues Album Incoming. Ja, als ob meine Fans. Ich glaub, die kennen mich alle, aber... Weiß nicht, wie wir so aktiv gucken. Gerade tun's ja nicht so viele. Was haben wir denn hier? Fireshot. Ich mach die Effekte durch. Ich teste mal die Effekte. Was war denn hier noch? Flammen wir auf der Bühne auf der Bühne, die sich nach der Musik richten. Was ist hier? Ja, das war Konfetti. Ah, okay. Geht aber nur ein Effekt. Ja, komm, vielleicht können wir noch irgendeinen zweiten, aber... Zittertaler Hochzeitsmarsch. Zittertaler Hochzeitsmarsch. Zittertaler Hochzeitsmarsch mit Flammenwerfern auf der Bühne. Und Lightshow. Ja, kann man... Kann man machen. Flammenwerfer und Blitze. Okay, okay. Das ist jetzt aber schon auch wieder genug hier. Kann ich das irgendwie... Kann ich das irgendwie ausschalten? Stopp. Okay, gut. So, ich bin jetzt nochmal mal später wiedergekommen, weil der Server ein bisschen gelaggt hatte zwischenzeitlich mal. Und, ähm... Hier, ich klasse hier alle... Oh, Entschuldigung. Damn. Ich... Ich bin von der Bühne gefallen. Crowdsurfing. RIP. Ja, nee. Es hat gerade ziemlich geleckt gehabt, einfach weil Chat und alles hat stehen geblieben. Und ich glaube, jetzt sind auch vielleicht noch ein paar mehr Leute da. Oh Gott Was haben wir hier noch alles drin? Nix Wir können nochmal ein anderes Lied zur Abwechslung machen Was ist ein Dancing Lasher? Was soll das denn sein? Es geht ja nur 16 Sekunden oder so Oder Schweden Ich mach mal Indiana-Sounds Team-Song Jo Geht's ab Oh Gott Ich würd allerdings vielleicht ein kleines bisschen Leiser von meiner Seite aus hier machen Oh Gott Hab ich schon mal die Halo-Craft-Mod vorgestellt? Einen hab ich nicht Ja keine Ahnung was in Firework Explosions sehen cool aus hier immer Und der Nebel an sich ist auch ganz cool Nebel Bühnennebel Oh du darfst bei 261 Online-Spielen nur einen Effekt einschalten RIP Vielleicht hat das natürlich zum Lag geführt Weil die Effekte waren ja da Und wenn immer mehr Leute drauf joinen wird die Grenze überschritten Aber die Effekte sind immer noch eingeschaltet Darf nur einen Effekt anmachen Bei der Spielerzahl Ja ich weiß noch was ich aber sonst noch hier drücken kann Also mögliche Knöpfe oder was Light An und aus Schnee Kein Schnee Feuerwerk Naja singen kann ich das auf jeden Fall nicht Alter Ja keine Ahnung ist einfach Was sind Demons? Kenn ich gar nicht Let it be Ketchup Song How it is Ist das Wab-Bab? Ist das etwa Wab-Bab? WTF? Kann sein Ja ich glaube das ist Wab-Bab Oh Gott Ich gebe hier einen Wab-Bab auf der Bühne oder was? Ähm Gibt es noch was anderes? Ähm Pokémon Center Stream Hier Oh Jetzt haben wir wieder Leg Gemacht Aber das Pokémon Center Theme Sagt mir grad irgendwie nix Ist das? Doch jetzt sagt es mir was Sorry Den Anfang hab ich grad nicht Vielleicht weil es zu schnell abgespielt wurde Denkst du mir bin ich auf der Bühne? Naja Legt wahrscheinlich Aber Ja ich sollte mal hier kommen Ich mach mal den Effekt aus hier Vielleicht geht's dann Äh Etwas Besser Ja gut Pokémon Center Theme Ey ganz ehrlich Gangnam Style Die haben ja echt alles mögliche hier drin Aber jetzt zittert da noch Hochzeitsmarsch Ja ich glaub's auch Äh Gott ey Bin nicht sicher Aber ich Glaube ich lass es mal gut sein oder so Alter So und jetzt Theoretisch Zum Autogramme geben Ne das war der Bühnenbereich Aber wo kann man denn Autogramme geben? In Anführungszeichen Oder hier wo sind die Screenshotboxen überhaupt? Äh 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 Screenshotboxen What is that denn? Ach hier Oder wat? So da kann einer mit rein oder was? Und dann kann er Ein Screenshot machen oder wie? Äh RIP Ja hier äh Achso Oder muss ich da runter gehen Damit er wieder raus kann oder was? Ha Das ist ja nichts Ah Entschuldigung Hab ich Hab ich äh Verschnallt Äh Nicht ganz gecheckt und so Was hab ich eigentlich für Rosane Schuhe an? Leather boots When on feet Plus one armor Kann die gar nicht ausziehen Alter Shit Eskaliert Also ich muss sagen Da hat der Gomboserver sich schon Was interessantes überlegt Also ich fühl mich ja hier Wie auf den Videodays Oder sonst so Wo ich äh Eigentlich nie bin Und auch keine Autogramme gebe Und so Also sowas hier kann ich nur in Minecraft machen Ja in äh Echt könnt ihr das vergessen Wenn ihr auf ein neues Album von mir wartet Dann könnt ihr warten Bis er schwarz wird Also das kann ein paar Jahrtausende dauern Bis ich mich dazu überreden las Aber Vielleicht Vielleicht nochmal ein Buch Oder so Abgehobenes Lama Did Names Timelapse wäre nice Naja ich äh Guck mal kurz wie lange das Video ist Und lass die mal hier ein bisschen Screenshotten So Server ist mal wieder Rip Ähm Ja Ich würde sagen Ich mache hier ein Gutes Genüssliches Ende Es war völlig random Video Ich habe das auch nicht geplant Das ist jetzt zufällig mit entstanden Aber ich habe gedacht Das wäre recht witzig und so Vielen Dank fürs Zuschauen Bis demnächst Mal gucken wie die nächsten Videos aussehen Wir sehen uns Morgen vielleicht mal wieder was Ohne Server oder so Und bis dann Lass kachen Und tschüss Bis dann